Die aktuelle Ausgabe der Musik und Unterricht ist gerade erschienen. Zum Schwerpunktthema Romantik darf ich euch nun das Heft vorstellen. Im Inhaltsverzeichnis finden sich hier schon verschiedene Unterrichtssequenzen zum Schwerpunktthema sowie die Specials zum Thema Jazz mit Chick Corea, Songwriting und How to Make Your Beats mit Drum Machines. Natürlich darf der aktuelle Hit nicht fehlen. Bei Save Your Tears von The Weeknd erwartet euch natürlich umfassendes Unterrichtsmaterial auch zum Corona-tauglichen Klassenmusizieren, so wie hier beispielsweise im Bandarrangement, das ich euch kurz zacken möchte. Im Heft geht es weiter mit dem Einführungsartikel zum Schwerpunktthema und natürlich auch dem Verweis für alle LeserInnen zum Gratis-Webinar. Weitere Informationen dazu finden sich natürlich im Heft sowie auf unserer Homepage. Im folgenden Artikel geht es um ein schauriges Filmprojekt. Die SchülerInnen durchlaufen dabei sieben Stationen von Schumann bis Franz List und lassen sich von den romantischen Vorbildern der aktuellen Filmmusik inspirieren. Weiter geht's mit aktivem Hören mit Robert Schumann und Ed Sheeran, zwei Songwriter ihrer Zeit, und dem Vergleich zwischen Kunstlied und einem Ed Sheeran Song. Ein Popsong im Orchestergewand zeigt weitere Parallelen auf, in dem Fall symphonische Gestaltungselemente aus dem 19. Jahrhundert in Popsongs. Für AbonnentInnen findet sich auch gratis im Rahmen der Digitalausgabe eine Ausgabe der Challenges zum Thema Romantik. Hier können eben SchülerInnen aus einem Pool von 16 Aufgaben wählen, die auch extra für den Distanzunterricht geeignet sind. Dann sind wir schon bei den Specials, wie gesagt, zu Chick Corea inmitten von Mozart, Jazz und Fusion, dem Special zu Songwriting, wo SchülerInnen eben globale Themen in Songtexten verarbeiten, und dem Special How to make your Beats, das intuitive Tools wie Drum Machines mit dem Notenlernen verknüpft. Wie immer sind auch in dieser Ausgabe alle Arbeitsmaterialien für den Distanzunterricht anpassbar in der Digitalausgabe enthalten und können so unkompliziert an die SchülerInnen weitergegeben werden. Und das Gratistestpaket umfasst die Digitalausgabe, das Heft, die CD und zwei Online-Fortbildungen.